Ich bin schon seit längerem auf der Suche nach Unternehmen, die mit den Studierenden was machen, weil ich denke, das ist immer eine gute Möglichkeit, um zu zeigen, was man nach dem Studio machen kann. What about what is that? 2000 Horsepower, forward. Es ist ein super beeindruckendes Schiff. Ich habe den Maschinenraum mal sehen können, das war total toll, das hätte ich nicht gedacht, dass man da einfach so durchspazieren kann und so viel sozusagen sehen kann, rechts und links. Im Rahmen der ersten Woche hier habe ich auch gedacht, für die Neustudierenden gleich mal schon zu zeigen, was Bremerhaven zu bieten kann, wo ja auch viele von weiter hergekommen sind und Bremerhaven und Schiffe gehört einfach zusammen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.